E. A. Po Productions E. A. Po Productions liest Sagen des klassischen Altertums, gesammelt von Gustav Schwab. 2. Die Sagen Trojas Botschaft der Griechen an Priamos Unterdessen, solange die Ausrüstung der Griechen sich vorbereitete, ward von Agamemnon in Rate seiner Vertrauten und der Häupter seines Volkes, um auch gütliche Mittel nicht unversucht zu lassen, beschlossen, daß seine Gesandtschaft nach Troja an den König Priamos abgehen sollte, um sich über die Verletzung des Völkerrechts und den Raub der griechischen Fürstin zu beschweren, und die entrissene Gattin des Fürsten Menelaos samt ihren Schätzen zurückzufordern. Es wurde hierzu in der Versammlung der Kriegshäupter Palamedes, Odysseus und Menelaos ausgewählt, und obgleich Odysseus im Herzen der Todfeind des Palamedes war, so unterwarf er sich doch zum gemeinen Besten der Einsicht dieses Fürsten, der in dem griechischen Heere um seines Verstandes und seiner Erfahrung willen hochgefeiert war, und überließ ihm willig die Ehre, am Hofe des Königs Priamos als Sprecher aufzutreten. Die Trojaner und ihr König waren über die Ankunft einer Gesandtschaft, die mit einer ansehnlichen Schiffsrüstung erschien, in kein geringes Erstaunen versetzt. Sie wußten von der unmittelbaren Ursache der Sendung noch nichts, denn Paris verweilte noch immer mit seiner geraubten Gattin auf der Insel Kranae und war in Troja verschollen. Priamos und sein Volk glaubten deswegen nicht anders, als der Trojanische Kriegszug, der die Gesandtschaft des Paares und die Zurückforderung der Hesione unterstützen sollte, aber Widerstand in Griechenland gefunden, und jetzt nach seiner Vernichtung würden die Griechen, übermütig geworden, über die See herbeikommen, die Trojaner in ihrem eigenen Lande anzufallen. Die Nachricht, dass sich griechische Gesandte der Stadt näherten, versetzte sie daher in nicht geringe Spannung. Indessen öffneten sich jenen die Tore willig, und die drei Fürsten wurden sofort in den Palast des Priamos und vor den König selbst geführt, der seine zahlreichen Söhne und Häupte der Stadt zu einem Rate zusammengerufen hatte. Palamedes ergriff vor dem Könige das Wort und beklagte sich bitter im Namen aller Griechen über die schändliche Verletzung des Gastrechtes, die sich sein Sohn Paris durch den Raub der Königin Helena zuschulden kommen lassen. Dann entwickelte er die Gefahren eines Krieges, die dem Reiche des Priamos aus dieser Untat erwüchsten, zählte die Namen der mächtigsten Fürchten Griechenlands auf, die mit all ihren Völkern auf mehr als tausend Schiffen vor Troja erscheinen würden, und verlangte die gütliche Auslieferung der geraubten Fürstin. »Du weißt nicht, o König«, so schloß er seine Rede, »was für Sterbliche durch deinen Sohn beschimpft worden sind. Es sind die Griechen, die alle lieber sterben, als das einem einzigen von ihnen durch einen Fremdling ungerechte Kränkung widerfahre. Sie hoffen aber, indem sie dieses Unrecht zu rächen kommen, nicht zu sterben, sondern zu siegen, denn ihre Zahl ist wie der Sand am Meere, und alle sind von Heldenwut erfüllt, und alle brennen vor Begierde, die Schwach, die ihrem Volke widerfahren ist, in dem Urheber zu tilgen. Darum verkündigt euch unser oberster Feldherr, Agamemnon, König der mächtigen Landschaft Argos und der erste Fürst Griechenlands, und mit ihm lassen euch alle anderen Fürsten, der da nahe sagen, gebet die Griechen, die ihr uns gestohlen habt, heraus, oder seid alle des Untergangs gewärtig.« Bei diesen trutzigen Worten ergrimmten die Söhne des Königs und die Ältesten von Troja, zogen ihre Schwerter und schlugen streitlustig an ihre Schilde. Aber König Priamas gebot ihnen Ruhe, erhob sich von seinem Königssitzer und sprach »Ihr Fremdlinge, die ihr im Namen eures Volkes so strafende Worte an uns richtet, gönnet mir erst, daß ich von meinem Staunen mich erhole, denn wisset ihr mich beschuldigt, davon ist uns allen nichts bewußt, vielmehr sind wir es, die wir bei euch uns über das Unrecht zu beklagen haben, das ihr uns andichtet. Unsere Stadt hat euer Landsmann Herakles mitten im Frieden angefallen, aus unserer Stadt hat er meine unschuldige Schwester Hesione als Gefangene mit sich geführt, und sie seinem Freunde, dem Fürsten Telamon auf Salamis, als Sklavin geschenkt, und es ist der gute Wille dieses Mannes, daß sie von ihm zu seiner ehelichen Gemahlin erhoben worden ist, und nicht als Magd oder Krebsweib diene. Doch konnte dies den unehrlichen Raub nicht wiedergut machen, und es ist schon die zweite Gesandtschaft, die diesmal unter meinem Sohne Paris nach eurem Lande abgegangen ist, meine freventlich geraubte Schwester zurückzuverlangen, damit ich wenigstens noch in meinem Greisenalter mich ihrer erfreuen könne. Wie mein Sohn Paris diesen, meinen königlichen Auftrag ausgerichtet, was er getan hat und wo er weilt, weiß ich nicht. In meinem Palaste und in unserer Stadt befindet sich kein griechisches Weib, dies weiß ich gewiß. Ich kann euch also die verlangte Genugtuung nicht geben, auch wenn ich wollte. Kommt mein Sohn Paris, und wie mein väterlicher Wunsch ist, glücklich nach Troja zurück, und bringt ihr eine entführte Griechin mit sich, so soll euch diese ausgeliefert werden, wenn sie anders nicht als Flüchtling unseren Schutz anfleht. Aber auch dann werdet ihr sie unter keiner anderen Bedingung und nicht eher zurück erhalten, als bis ihr meine Schwester Hesiona aus Salamis wieder in meine Arme zurückgeführt habt. Der Rat der Trojaner stimmte zu diesen Worten des Königs, aber Palamedes sprach trotzig, »Die Erfüllung unserer Forderung, o König, lässt sich von keiner Bedingung abhängig machen. Wir glauben deinem ehrwürdigen Antlitz und der Rede deines Mundes, die uns versichert, dass die Gemahlin des Meninaos noch nicht in deinen Mauern angekommen ist. Sie wird aber kommen, zweifle nicht. Ihre Entführung durch deinen unwürdigen Sohn ist nur allzu gewiß. Was zu unserer Väterzeiten von Herakles geschehen ist, dafür sind wir nicht mehr verantwortlich. Aber was einer deiner Söhne uns jetzt eben von empörender Kränkung zugefügt hat, dafür verlangen wir Rechenschaft von dir. Hesiona ist willig mit Helamon davongezogen, und sie selbst sendet einen Sohn in diesen Krieg, der euch bevorsteht, wenn ihr uns nicht genugtuung gebet, den gewaltigen Fürsten Ajax. »Helena aber ist wider Willen und frevelig geraubt worden. Danket dem Himmel, der euch durch eures Räubers Zögling Bedenkzeit gegeben hat, und fasset einen Beschluss, der das Verderben von euch abwendet.« Priamos und die Trojaner empfanden die übermütige Rede des Gesandten Palamedes übel. Doch ehrten sie an den Fremdlingen das Recht der Gesandtschaft. Die Versammlung wurde aufgehoben, und ein Ältester von Troja, der Sohn des Eisietes, und der Cleomestra, der verständige Antenor, schirmte die fremden Fürsten vor allen Beschimpfungen des Pöbels, führte sie in sein Haus und beherbergte sie dort mit edler Gastlichkeit bis zum anderen Morgen. Dann gab er ihnen das Geleit an den Strand, wo sie die glänzenden Schiffe wieder bestiegen, die sie herbeigeführt hatten.